Hallo, es geht weiter mit Spider-Man Miles Morales und zwar ist das jetzt der letzte Teil Entspurt mit Miles und Finn. Vielleicht seid ihr ja noch mit dabei bei der letzten Folge. Würde mich wirklich freuen über eine Rückmeldung. Danke, tschüss. Was? Okay, okay. Gut, gut, gut. Rück mal. Okay. Sag alleine. Das werde ich nicht sagen. Ich habe es gelucht. Es kommt viel. Ich bin gespannt. Wie geht das hin? Ich muss dir sagen, dass du im Reaktor bist. Was ist denn? Los, los, wo steckt er? Wir haben ein erstes Problem. Hier ist die Aufnahme abgebrochen, aber es geht gleich spannend weiter. Dann schauen wir uns weiter um. Wir müssen da hoch, okay. Aber da ist noch einer. So. Hätte ich den fast nicht sehen. Ich heile mich. Gibt es da eben etwas Interessantes? Alles kaputt. Wir haben alles zerschlagen. Okay, dann geht's rauf. Abgeschlossen. Ich dachte, das wären zwei Teile. Irgendwas habe ich jetzt dazu bekommen. Einen... ... 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 Was ist denn das? Wie sieht das denn? Wollen wir mal fliegen? Muss ich wieder anschleichen? Sieht hier unten! Such nach Spiderman! Da ist noch einer hier. Was ist das? Ich habe hier auch was. Ich kann mich nicht mehr an. Ich bin gerade in zwei. Neb genug. Da ist noch einer. Der permet schon mal partout. Ich habe mich nicht mehr an. Gerechtig. Okay. Okay, dann können wir uns halt so etwas anderes Hier sind schon jemanden und ich stelle mir einfach zu sehen Hier ist die Musik Ah nein, ich bin, sieh 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 Ah da drüben sind einige, wow Und da kann die Musik in diesen Kampf gehen Sä ув anders So, People die Musik aus Und wie ihr sieh sie! Jej Ich bin t headlines Ja, boah. Es ist ein Hammer. Ähm, Straßen müssen los. Ja, aber die haben sich gebrochen. Jetzt kann ich den Mega-Bänder machen. Ja, die haben sich gebrochen, da jetzt kann ich den Mega-Bänder machen. Nicht vermöglich. Da ist er wieder! Du gehörst mehr! Jetzt bin ich wieder. Nein. Ich muss ihn sterben, wenn der Kampf nicht aufhört. Was? Nein. Der Befehl auf den Spiderman festzusetzen! Der Befehl auf den Erdkopf würde! Weil er k своies und die Töne auf deliveryt hat. Ja, das ist so! Ich hab' den Töne auf den Töne-Fauch! Es gibt ganz schön viele hier! Ich bin's in der Töne! Ich bin's in der Töne! Was ist das? Ich komme. Ich komme. Ich komme. Ich komme. Und kommt da, dann wieder hoch. Achtung! Woher denn da? Woher denn da? Da Woher denn jetzt alle? Da oben sind wir rein Unten ist keine mehr Der Schneesturm ist auch nicht viel besser Ja Ich seh euch denn auch noch auf dem Spiel? Wenn das ist Genau Ah Nicht macht noch Nichts ist es nicht Formieren und angreifen Kein Kontakt Wiederhole Kein Kontakt Er kann hier überall sein Wir können hier überall sein Kein Kontakt Und Blick TD Der Der Was ist das? Was ist das? Was ist das? Was ist das? Ja, ich glaube so. Aber, ja, das ist ja auch so, was ist cool, das muss man ja auch so sein. Der Dive ist so gut, ja. Der Dive ist so gut, ja. So. Ja, die sind so gut, ja. Ich tanze aus dem Schneegestöber. Das ist das Leben. Das ist das Leben. Das ist unser Wohnblock. Bitte nicht abbrennen. Der Schnee wird immer dichter. Ich muss in Richtung der Schüsse. Miles, kannst du mich hören? Wir sind in Richtung. Genki, ich will Richtung Osten. Wo bist du? Sind hier im Bodega. Es ist richtig übel. Du musst schnell hinzupfen. Ich bin fast da, aber ich muss das Roxxon und den Underground ausschalten, damit das sicher ist. Ich bin irgendwer. Der Blaserberg, Spider-Man, Roxxon, alle! Was muss denn rauskommen? Du bist nur ein billiger Amtlatsch. Jetzt können wir uns Jägersein ausschalten. Es werden immer mehr. Das ist übel. Sie gehen aufs Ganze. Das ist übel. Warum ist er süß? Ja, es werden eigentlich nicht weniger. Vielleicht. Das macht er. Warum muss ich nur so drinnen? Er hat eine wahnsinnige Kanone. Die Ich bin nicht mehr. Die Anyone hat sich eher um ein bisschen zu k薄. Die Leute, 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 die Leute haben jetzt nicht mehr. Ich bin da richtig drauf. Okay, ne? Er hat in der Trüben schießt, der da immer in die Brüse überfällt. Ich hab ihn! Ich hab ihn! Ich hab ihn nicht. Ich hab ihn nicht. Ich hab ihn nicht. Auf den Straßen herrscht Chaos. Ich muss sie aufhalten. Ja, er hat uns ja hier schon. Schnell, er geht's nicht. Es stand bei mir. Sie sind wieder unten. Hör ihn nicht, bevor du abheben. Ja, da sind wir nicht. Uppala. Jetzt geht's nicht mehr. Mann, hab ich ein Spiderwander-Kick. Was ist das? Was ist das? Was ist das? Was ist das? Verrä�, verrä� Verrä� Z55 re Das war jetzt knapp. Puh. Kurz unsichtbar. Ui, der Maskeller. Das ist nichts. So, der Kampf im Hallen. Naja, das sind die Letzten. Und der Horscht. Ja, das ist keiner. Das ist kein Dramat. Ja, das ist kein Dramat. Ja, das ist kein Dramat. Ich glaube, das ist kein Dramat. Und es ist nicht so gut. Wo ist die Rücken gelaufen? Schon wieder eine Minder, oder? Warte Zeit! Das ist ja ein Wahnsinn an mir! Das ist ja ein Wahnsinn. Ja, das ist ja ein Wahnsinn. Das ist ja ein Wahnsinn. Das ist ja ein Wahnsinn. Ui, der hat eine Kaußen. Ich werde den Schnee spüren. Alle Einheiten auf der vierten sammeln. Das hier scheint das Zentrum der Kämpfe zu sein. Ich muss sie hier stoppen. Das ist das Zentrum? Ja, nicht mehr fliegen. Wo sind sie? Okay, also wenn ich's kenne, sie sind wohl. Da ist ein Panzer. Noch ein Panzer. Und ein großer. Dann gehen wir runter. Na, ist sie nicht. Ich bin nicht. Wo sind die Kerle hergekommen? Ja. Genki! Genki! Wo bist du? Kommt ihr da irgendwie weg? Ist da! Ist da jemand? Leute! Leute! Hört zu! Wir müssen hier weg! Aber ich kann nicht alle von euch tragen! Was? Sie hat schon angefangen. Spiderman gesichtet! Verschwinde hier, Kleiner! Wo? Mein Onkel. Das hätte ich mir aber nie gedacht. Du hast wichtigere Dinge zu tun. Dann müsste ich das mit mir eigentlich eingesperrt sein. Dann... ...und dann... Jetzt... bis du wieder auf Bami Tate... Ich weiß... Okay Leute! Seht hinter jede Tür! Wir lassen niemanden zurück! Und dann... ...und dann... ...bis du wieder auf Bami Tate... ...ich weiß... Du weißt nicht, was du tust. Die haben es nichts anders verdient. Nein, der Reaktor. Krieger hat aufgerüstet. Du zerstörst nicht nur die Rocks on Plaza. Du machst ganz halle mit dem Erdboden gleich. Ich lasse mich von dir nicht mehr anlügen. Ich glaube, wir hätten die nicht gesehen. Es ist zu spät. Also du bist ganz halle mit dem Erdboden weg. Ich glaube, ich stehe nicht ganz. Ich kann das nicht zulassen. Du kannst mich nicht stoppen. Siehst du nicht, was der Reaktor macht? Er zerstört die Plaza. Er vernichtet Kriegers Denkmals. Er zerstört die Plaza, die Stimpf die Halle mit. Wer hat das gesagt? Krieger? Ich habe alles berechtet. Ich bin nicht Ministro. Du spüren dich auch irgendwie gut. Das ist nicht. Du spüren dich. Warum sollst du mir nicht zu? Krieger hat nichts auf der Erdboden gemacht. Sie fehlte Krips ab dir. Er ist klug genug. Das ist mir das verentzene. Weich nur auf. Bringt ihr auch nichts zu. Da müssen wir das. Die Finn, die ich kannte, wollte Leute beschütten und nicht bestrafen. Es kommt aufs Gleiche raus. Zu langsam, Mais. Beenden wir es. Versteck dich nur, ich kann warten. Great. Auf, den. Ich hätte nicht lügen sollen, um in den Underground zu kommen. Könnte ich das ändern? Ich weiß, was mache ich nicht? Also, dass ich nicht ganz glücklich hätte, oder? Es war mir so glücklich, ich hätte mir dasішig. Wie kannst du so schnell bei'n? Ich finde dich! Hab dich! Je mehr was du brauchst, desto mehr zerstör' ich! Oh, ich halt das den ganzen Tag durchmalz! Ich will nicht kämpfen! Wir reden! Nachdem ich den Reaktor auf... Das ist mein heißer Opfer oder wie? Finn! Da! Der Reaktor geht gleich hoch! Bald können wir das nicht mehr stoppen! Nein! Ich werde nicht nochmal weglaufen! Das ist so los! Eigentlich sollte sich... Oh ey, ich schau aus! Mein Name ist so schön! Du warst der Einzige, den ich auf meiner Seite brauchte! Ich bin auf deiner Seite! Sie erledigen Rockstone mit den Informationen über Newform! Geht nicht! Interessiert keinen! Da! In der Mitte! Was ist denn? Du hast du das gespürt?! Wir müssen den Reaktor stoppen! Ja, was du machst, ist nötig, ne? Das ist so, dass sie das bleibt, ne? Doch! Oh Ja Endlich Sie lässt sich nicht mehr rein Ich weiß, dass du die Schottwellen spürst Stoppen wir das Hab sie Irgendwann wirst du rauskommen Du willst die Wahrheit? Yes, please Rick würde es hassen, dass du zu Tinkara geworden bist Hab dich Verschwende Du hast Rick auch geliebt Wie kannst du deinen Mörder mal teidigen? Du hast Rick auch geliebt Dann haben wir ernst Das mache ich doch gar nicht Doch Du siehst es nur nicht Schwer aus Denn da habe ich können mehr Interplin mit dir Bitte Finn Ich sag dir die Wahrheit Wär mal was Neues Siehst du? Komm! Ich sag auch was zu tun Und ich kann es nur nicht tun Finn Ich geh nachfragen Du bist du? Bist du noch nicht müde? Bist du noch nicht müde? Jetzt komm Ich hab dir jede Chance gelassen Ich wofür Ich will dich nicht töten Du kannst dich gewinnen Warum kämpfst du weiter? Was ist das? Was ist das? Weil... Ich... SPIDERMANMAN! Das ist das. Das ist das. Das ist das. Okay, das ist das. Oh ja, das ist das. Ich muss hier wieder rankommen. Raus da, raus da, raus da, raus da! Ich muss ausweichen! Ja, ich hab's bemerkt. Wir sind doch so. Oh! Ja, wir haben uns auch nicht gemacht. Ich meine es ernst, Neitz! Ah, jetzt haben wir uns nicht unbedingt gemacht. Du hättest weg bleiben sollen! Doch, ich sage es nicht, ich bin gestorben. Also... Jetzt... meine ich bin endet. Finn! Ich weiß, wie du dich fühlst! Was dich antrag! Das kannst du nicht wissen! Doch! Aber Trauer darf dein Leben nicht ruinieren! Aaaaaaah! Auf, halt! Stopp! Wir gehen nach Hause! Nein! Ich hätte fast geglaubt, dass ich wieder eine Familie habe! Ich bin jetzt! Na ja... Du musst dich nicht überholen! Du musst mich nicht überholen! Verstecken sind die nicht hinten! Na, was soll ich hier? Ich bin deine Familie! Ich, Uma, Genki! Ich dachte, ich wollte! Bitte... ...beende das hier und wir gehen nach Hause! Für mich gibt es kein Zurück! Ach! Hab dich! Weißt du? Guck mal! Mach mal! Mach mal! Es ist vorbei, Meilz! Ja! Ich weiß! Ne, unser Freund ist schon lange im Pferd. Hey! Was machst du mit mir? Ich höre ihr nicht mehr zu! Das hast du ja nicht! Schau, 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 schau! Oh mein Gott, oh mein Gott! Du hast nie versucht! Du hältst mich nicht aus! Ich muss das versuchen! Ich muss das versuchen! Was ist denn hier? Ist sie erwischt?! Olo Krabbel? Wirklich?! Gemüchę schau sein! Ist sie.. Ist sie auch das? Das war so nichts geplant. Ich kann es stoppen. Ich bin doch böse, du hast mich einmal getötet. Ich bin doch nicht. Der Anzug demoliert. Und ich fiel. Ist das ein Element? Nicht... viel... Zeit! Ich muss ihn... deaktivieren! Irgendwie! Ich bin schon gespannt! Achso! Muss ich da was machen oder was? Ich muss ihn gehen. Ich bin kein Kind! Irgendwie! Ich bin kein Kind! Danke! Ein bisschen! Da muss ich noch keine Achtung. Komm schon, Schatz, bevor er es geht. 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 Schatz, bevor er es geht. Schatz, bevor er es geht. Wir sind alle okay. Dann sind wir alle von uns. Wir sind alle, wir sind alle. Wir sind alle, wir sind alle, wir sind alle. Wir sind alle, wir sind alle. Wir sind alle, wir sind alle, wir sind alle. Wir sind alle, wir sind alle. Wir sind alle, wir sind alle, wir sind alle. Wir sind alle, wir sind alle. Wir sind alle, wir sind alle. Wir sind alle, wir sind alle, wir sind alle. Wir sind alle, wir sind alle, wir sind alle. Wir sind alle, wir sind alle. Wir sind alle, wir sind alle, wir sind alle. Wir sind alle, wir sind alle.